Hallo und herzlich willkommen bei A Frequenz Couple. Ich bin John. Ich bin Steffi. Hi. Und vielen, vielen Dank für eure Teilnahme an dem Giveaway. Wir hätten gar nicht gerechnet, dass so viele Leute mitmachen. Wow, das war echt Wahnsinn. Und wir sind voll aufgeregt, weil es geht jetzt los und wir haben uns was ganz Besonderes überlegt. Wir haben ja diverse Teilnehmer und ich habe die hier alle in der Hand und ausgedruckt. Und ich werde die gleich vorstellen und präsentieren. John faltet die, packt die in diese Kotzschüssel, wie ich das liebe, voll gerade genannt habe. Ja, diese Schüssel erinnern mich immer an Kotzschüsseln. Ich weiß auch nicht warum. Kotzschüsseln. Es ist nicht unsere Kotzschüssel, aber da kommen alle rein, werden gründlich durchgemischt und danach zieht John ein. Ich ziehe jemanden und dann machen wir ein Schnickschnack-Schnuck und der Gewinner wird dann hier am Ende präsentiert. Genau. So machen wir das. Gut, dann geht es jetzt schon los. Und zwar der erste Teilnehmer ist Jukeboxing. Ach guck mal, jetzt stellt das auch scharf. Super. Jukeboxing. Willkommen. Der nächste Teilnehmer ist Naimi 54. Dann kommt Mak 89. Das sind ja auch alles die, die immer fleißig bei uns kommentieren. Das finde ich voll nice. Dankeschön dafür. Ja, unser Erdbeerwolf. Auch du bist in unserem Topf. Scantastic ist dabei. Auch immer viel am kommentieren. Hier die ganzen People. Eissan hat mitgemacht. Du sammelst das da alles. Ja. Das Pastelmädchen. Aufbrüche an deinen Mann. Wir haben den Gommi gelesen und voll gefreut. Voll süß. Ja, Sarah Breidi, meine heißgeliebte, ist auch dabei. Unser Wotan HL ist am Start. Also es sind doch ganz schön viele. Ja, ne? Ja, ne? For shizzle. For shizzle, missle. Da denk ich immer drüber. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Lustig. Ähm. So, Danik Beats ist mit im Job. Matthias Focke ist dabei. Angi, Angi A.R. Angi A.R. Denk ich so heißt. Dann Slav Gaming am Start. Coco. Echt viele mitgemacht, ey. Wahnsinn. Natmi. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel gekleidet. David Dinkel. Wie in der Kümmis hier, gell? Ja. Lostopf. Chanel TS. Cooler Name. Und Livestream Highlight. Highlight ist mit dabei. So, jetzt sind wir voll aufgeregt. Uh. Uh. Mein Herz kocht ganz doll. Ja, weil wir haben echt Spaß daran. Das ist so witzig. So, ich mische. Mich, 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 mich. Du mischst. Mit Augen zu. Wie du magst. Okay. Man sieht es ja nicht, was es wäre. Hm. Also, man sieht es wirklich nicht. Du kannst es ja nochmal reinhalten. Ja. Die sind alle so hart gefaltet. Also. So, ich nehme einen. Ist das so aufgeregt? Ich habe jemanden. Okay. Ich muss gucken, dass ich nicht. Hast du den Zwetschi hier? Ich glaube, ich habe auch jemanden. So, okay. Alles klar. So. Als nächstes machen wir Schnick-Schnack-Schnuck. Aber Schere, Stein, Papier ist klar. Genau. Okay. Schnick-Schnack-Schnuck. Ah. Uh, ich habe... Du hast dich zerstört. So. Ich habe dich zerstört. Ja. Bevor wir jetzt zu den Gewinner kommen, haben wir noch eine Frage an euch. Mehrere Fragen. Ja. Wie gefällt euch das ganze Format? Findet ihr sowas cool? Wollt ihr das gerne in Zukunft mehr sehen? Wenn ja, wann wollt ihr denn das nächste Giveaway haben? Lieber bei 250 Abonnenten oder bei 500? Und ist es euch lieber, dass nur einer gewinnt und dafür einen größeren Preis bekommt? Oder dass mehrere gewinnen und dafür der Preis sozusagen aufgeteilt wird? Genau. Schreibt mir gerne in die Kommentare und was ihr noch für Wünsche habt. Wollt ihr mehr so Unboxing-Videos? Oder seid ihr zufrieden mit unseren Reviews? Oder ja, schreibt einfach mal gerne alles rein, was euch einfällt. Und ja, wir gucken dann, dass wir das einbauen können. Macht uns ja echt Spaß. Ja, und jetzt kommen wir zu den Gewinnern. Pack ihn aus. Wer ist es? Es ist Matthias Kappe. Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch auch von mir. Ja, was musst du jetzt tun, um den Gutschein zu bekommen? Schreib einfach einen Kommentar unter das Video und dann schreiben wir dich auch an, damit wir dir das zuschicken können. Du hast jetzt sieben Tage Zeit, das zu kommentieren. Ansonsten, wenn du es nicht kommentierst, dann verlosen wir das Ganze nochmal unter denen, die jetzt einfach nochmal was kommentieren. Genau. Ja, das war's von uns. Ja, herzlichen Glückwunsch von uns und vielen, vielen Dank an euch anderen. Und das ist für uns immer total bereichernd, wenn ihr uns Kommentare schreibt oder ganz viele Infos noch gebt. Oder probiert doch mal dieses Parfüm oder jenes und vergleicht doch mal. Das ist immer sehr hilfreich, also haben wir echt Spaß dran. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.